Was ist eine Dissoziative für... Eva? Wieso habe ich keinen Empfang? Na toll, Wasser gibt's auch nicht. Es ist tot. Das ist alles, was wir haben. Wir haben uns. Hi. Ich dachte, ich komm mal vorbei, um zu sehen, ob's euch gut geht. Eva! Ist jemand da? Wir sollten füreinander da sein. Dafür sind Schwestern doch da. Ja, da sind alle. Ja, da sind alle. Ja, da sind alle. Untertitelung des ZDF, 2020